Wow, leg! Oh man! Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Devil May Cry! So, jetzt habe ich endlich mal meine... ähm... meine... meinen Plan gemacht, wie ich YouTube-Videos hochladen werde und blablabla. Meine Hauptspiele werden es sein The Walking Dead, The Sandman und... dieses wundervolle, göttlich geschaffene Projekt. Ähm, ich werde jetzt ein englisches Let's Play beinhalten in meinem Kanal und schauen, wie das so funktioniert. Und das wird Deutsch sein, weil das Spiel Deutsch ist und da kann ich alle Englisch, okay, gut. So, bevor ich starten wollte, wollte ich noch etwas sagen und das war... das ist sehr schwierig. Ähm... Eines der Gründe... einer der Gründe, wie ich dieses Spiel gekauft habe, ist nicht nur wegen dem Hack'n'Slash, was au... was außerdem sehr geil ist, sondern... wegen Dante. Und ja, ihr dürft richtig raten! Jedenfalls... Ihr habt richtig Raten, ja. Jedenfalls, wir starten jetzt das Spiel und ich freue mich sehr. Ich hab das gestern schon mal angezockt. Fangen wir da mal an. Äh... Geht verwendet noch mal um Versuch mit den starken Attacken, wer diesen Moment ist schon halt falsch und gerne eine leichte Herausforderung. Äh... Naja, ich hab gestern Mensch gespielt und das war relativ einfach. So, ich werde mal Teufelsjäger machen. So ein Mittel... Hast du vergessen, welche Angriffenfertigkeiten du bist? Du kannst sehen, dass ein Sehnen oder das Spiel pausierst in der Angriffsleicht. Okay, das ist Dante und seine Mutter übrigens. So, ich hab übrigens... Übrigens, übrigens, das ist das fünfte Spiel. Okay, fangen wir einfach mal an. Ha! Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, Mehrzeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen davorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Ich hab die Untertitel vergessen. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Nicht so ein freundlicher Typ, ey. Und Schatz, wird er zahlen? Schatz. Immer eine Billion. Bald wird er praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles errschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen. Und wie ist die beliebt in sie? Was ist los? Was? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Räters Sparda. Dante. Er... Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Sparda und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich... ...ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust rößen... ...und genussvoll... ...verspeisen. Ich mag den nicht. Und ich mag sie... Ich mag sie... ...noch weniger. Capcom. Ja. Oh wow. Hi. Uhhh. Oh wow. Devil may cry, I cannot breathe, this voice in the air filled with lies, I cannot see, what's wrong with me, living fear that's finally falling from the sky, just stay away. Devil may cry. Oh wow. Ich geb' ja dieses Intro, ne? So, ich muss das alles nochmal neu upsetten und jetzt ist das Bild anders und ja, jetzt müsst ihr das mal ansehen. Ich werd das cuten und das steht alles so super und da ist noch ein BH Pizza. 666 Bier. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte, maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Ordnungssatzierung, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Ihr misst Kerl, illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Warte! Komm sofort raus! Du bist in Gefahr! Und er ist nackig. Wow! Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jäger-Demun. Erst da! Schnacke. Ich schlubb! Na der Dachstattung, sagt er sich nicht immer mehr. Das ist der Witz. Ja... Die Smage. Das ist so schwer. Du wirst dich durchkennen von der Dasen. Die Smage. Alle. Die Smage. Und hier. Wie dein Lufs. Falscher Tag für einen Kater. Nimm deine Drecksklauten einen Trailer. 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 Los auf Krügel? Ja, dann los! So. Viel besser zu spielen. Oh, ich weiß gar nicht richtig was ich kommentieren sollen. Da ist es was auf Okay Ah geil Jedenfalls würde ich sagen, dass ich das schwere System gefunden habe, ist, glaube ich, ausverkauft gewesen. Im Sommer ausverkauft natürlich. Und er dachte, ich greife zu. Wer hat das gesagt? Die Musik ist natürlich auch geil. Das ist richtig Screamer. Screamer. Preises. Okay. Okay. Da gibt es sehr viel... Naja, nichts zu erkunden, aber... Kleine Sachen, auf die man aufpassen muss. Auf einem BH. Auf einem... Geheimnis von einem BH. Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Das ist nicht so toll. Oh, okay. Q. Oh. Wow. Evening Ivory. Ich habe euch vermisst. Oh, wow. Bathos sind höchst. Ja, ich kenne die. So, die schießen die kleine Wecke. Die schießen so... Die haben da... Bäuche voll mit Leure. Und die schießen... Scheiße. Oh. Wir könnten sie auf der Gegenseite... Und das geht nicht. Ah, fuck. Oh. Stimmt. Oh. Oh, mein Gott. Ich kann mich zurückkicken. Das ist nicht so... Ah, shit. Frisch darfst du... Kleines Freck-Spie. Oh, das ist so verstörend. Aber es ist so geil. Ey. Ich kann immer. Es ist so geil. Ich habe... Gele... Wow. Ich habe so ein paar... Statues und so gelesen. Die haben sich richtig Mühe gegeben im Limbo. Das Limbo ist ja... Äh... Das... Das ist... Zwischenreich. Zwischen den Lebenden und den Töten. Und angeblich, was im Limbo passiert... Oh. Nicht schießen. Ich heiße Kat. Ich bin kein Dämon. Ich steig in der echten Welt. Du im Limbus. Oh. Ich bin ein Medium. Ich kann mich in den Limbus projizieren und so mit dir kommunizieren. Ich kann nicht sehen und mit dir sprechen. Aber ich bin nicht wirklich im Limbus. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Hier, du küsst. Hier. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezahlt hat. Du solltest dich nicht mit dem Jäger anlegen. Das kann gewöhnlicher Dämonen. Folge mir. Okay. Komm schon. Er sieht ein bisschen größer aus als vorher. Aber das ist wahrscheinlich weg dem Screen. So. Was ist denn das da? Das hab ich gar nicht gesehen. Lass es mal. Ich hab das gestern gespielt. Ich hab das... Ich hab das... Oh fuck. So. Sondern sich eigentlich verlorene Säen an. Ja, es gibt verloren... Es gibt so viel Zeugs, was man einsammeln kann hier. Wo ist sie hin? Genau diese da. Diese kann man befreien. Und man bekommt Punkte dafür. Yeah. So. So. Und es gibt... Je nachdem irgendwie... sehr viel Verschiedene... sehr viel Verschiedene... Laune Säen. Und mit den Punkten... Punkten kann man dann auch Sachen einkaufen. Death. Tod. So. Ich hab hier noch... 5-10 Minuten. Und damit ich... Punkten. Oh. Hey. Spinnst du? Ja. Es ist toll. Super. Ja. Weiß ich. Ich möchte gern... Spielen. Oh, wow. Ich kann die da... Ich kann die hochschleudern... und die werden zerhaltenstücke. Okay. Cool. Super. Ich werde immer besser. Ich werde immer besser. Also dass ich Leben verlebe. Oh. Das ist nicht toll. Das ist echt verstören. Und das auch. Man muss diese Säcke... zerhacken. Ich will gar nicht wissen was da drin ist. So. Gedrückt. Um höher zu springen. Man kann doppeljumpen. Man kann jetzt rückteilen. Man kann normal jumpen. das Spiel hat so viel für sich. Tö. 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 Oh Gott. Tö. 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 Geh rauf. It's an Ernst. Okay, gut. Wir haben es geschafft. So, das sind goldene Kugeln. Mit denen können wir uns wiederbeleben. loslassen. So, das wusste ich auch schon. Das ist ne tolle Funktion. So, ich höre aber ein paar spinnen röme Klappeln. Ich war jetzt nicht, was ich da sagen wollte. Ich dachte da da einfach, wo ich hier DON Angela Merkel Det izley im spinnen überall ich denke ich sollte mich mal so ich mich heilen ich denke ich heile ich lieber sonst verrägte ich hier noch so habe ich voll leben schabe fälle leben ich hoffe mal dass andere das mit den gegnern ist und das nicht alles irgendwie teurer ist und nicht weniger hier so gesund speichelpunkt ich werde noch ein bisschen einsammeln und dann gehen wir dann würde ich mal sagen machen so ich würde gerne eure meinung zu diesem spiel haben wie finde die ist so viel details auch wenn es nicht grads next generation ist aber sieht cool aus und er sieht war dann mal was hast du da unten hast du die wasser die hosen falsch oder oder hast du okay egal auch gut es dachte ich schon nicht nur mit zum verleten aber der wurde alles das sich bewegt mit unseren super über die wenigen dann sehen wir das jedenfalls für die reichweil speichern das gar kein speicherstation das ist stimmts das war ja beim nächsten danke ganz herzlich zu sehen geht auf meinen kanal von den videos schreibt in die kommentare was wir von unseren helden hier hält tut mir so leid aber es ist das wird uns das ganze spiel hier begleiten jedenfalls freut mich freut mich sehr das zu spielen ich werde das aber nebenbei auch zocken weil es weil ich einfach nicht warten kann es um das aufzunehmen weil das braucht auch speicher das kopiert er ist wenn ich hier so Sachen aufnehme und wenn ich es allein spiele kann ich es halt auf beste grafik tun weil mein laptop ist nicht gerade ein gamer laptop und deswegen ja ich werde euch sehen in der nächste Video Cheerio real Untertitelung. BR 2018